so jetzt können weitermachen und zwar wir wollten zu der seilbahn und diese ist dahin da wurde das ist komischerweise motorisierte patriot hier da wollten dollar die first lady und dann wurde sich schalten die gondel kommt ist mir ein wunder dass wir hier dieses ding ja nicht erwerben was immer sie sind ich gehe und sie können nichts tun um mich aufzuhalten mein liebes kind da täuscht du dich und ein hund reicht war hier nicht irgendwo patriote herr von wo schießen die denn nach wo hier gar nicht drauf herr vom wohnen alter von da oben und ich verarsche ja klar also ist unser schlau carousel dreh dich bitte entdeckung ok heute passt mal auf so nicht ich kann ja auch anders oh gott ja genau genau waeh der war knapp ich hätte nie weh und ciao bringt euch wieder Oh, ciao Pissi, jonge Alter, wechseln, scheiß Waffe Beste Frage ist, wo seid ihr? Ja, genau, gefällt mir So, wo seid ihr? Foto und Meinst du? Besonderer als ihr Und ciao Das glaube ich nicht Na, wo seid ihr denn? Ja Und Bäm Bäm Bäm, ich zack Naiß, wun Naiß, wun Beste Boah, schieß doch Hey Was geht, Kollege? Ich laufe hier mal eine kurze Runde Und Oh ja, und Hatschall Okay, Junge Äh, Munitoren wären Nice Maschinengewehr Maschinengewehr Okay, muss ich das wieder nehmen So Kann ich denn jetzt endlich mal fahren? Ach, die Gondel ist da, okay War ja ganz easy Ich wollte gerade sagen Ich wollte gerade sagen, dass ich das Lockpick brauche dafür Eine Heilung wäre schön So, haben wir hier ein schönes Ja, eine Birne Ach, herrliche Aussicht, Lizzie, findest du nicht? Als sie da am Strand Ohmächtig waren Da Haben sie immer einen Frauennamen gesagt Anna Darüber will ich nicht reden Äh, tut mir leid Es geht mich auch nichts an Woher stammen sie, Mr. DeWitt? Aus New York Was haben sie dort gemacht? Sowas ähnliches wie hier Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt Ich bin froh, dass sie hierher gekommen sind Das so Also Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten Ich bin hier, um sie loszuwerden Was denkst du, wieso ich dich hier raus oder? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen Im Austausch gegen dich Okay Pass mal auf, du hast jetzt Waffen, ne? Warum Ich weiß nicht, du hast hier 20.000 Soldaten Aber gegen so eine Leute da Nee Pustekuchen Du willst die ganzen Imperium stürzen Aber Pustekuchen? Ich werde dich niemals entauschen, Baby Das verspricht dir Sind wir endlich angekommen Dann besuchen wir deine Mama Oh, was das denn? Ja, nice Ja, nice Ich habe hier ein Lockpick Oh, hat sogar warte Alles was gesundheit bringt Her damit Profil speichern Was ist das denn? Nur Karabiner? Könnte ich eventuell auch nicht? Ja, Panzerfaust geht der immer weg Komm Wie gesagt, wird ja nach der Zeit langweilig Und über die selben Waffen Hey, was? Darf ich? Hey, was? Darf ich? So Ich muss dich gar nicht springen, Junge Ja, lass doch mal Ich bin gleich wieder da Danke Hier, bitte Danke Danke Mein Eben ist szenarisch Das meinte auch Frau Marisch Oh Herr Rektor Erst mal einkaufen Schadensboost Panzerfaust Panzer Präzisionsgewehr Kann ich mir gar nichts mehr holen? Oder muss ich mir die Sachen erst holen Bevor ich weitermachen kann? Krähenfallen Teufelsgruß Ah, der Schock ja nicht Der Schock ist ja nicht ganz cool jetzt Damit kann ich eigentlich leben Pass mal auf, ich glaube ich hole mir das jetzt einfach mal Schadensboost Für die Panzerfaust und 25% Schadensboost für Explosionsgewehr Und die Munition glaube ich nicht Ja Denn wer hat das ist ja nicht Automats leer Das ist Gesundheit Einmal alles genau Aber wie gut ich Es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht Bisher habe ich noch nie Munition kaufen müssen Darauf bin ich schon so ein bisschen stolz Ja Das ist Das ist Das ist Das ist Rösschen Ja Genau Ach ja Das man Ich eine dasselbe Ding 50 mal anklicken So Gehe ich jetzt noch eine gute Runde Einmal öffnen Mehr Geld jetzt schon fast ein bisschen stolz auf dich ja es wird der nächste tresor kommen ich kann nicht aufhören zu spielen ich bin überlegen ob ich nach diesem teil eventuell den normalen teils bei den ersten ich weiß nicht ok weiter geht weiter geht's ja gut ach die haben flugschiff nach ihr benannt the first lady das ist das flugschiff womit wir entkommen wollen jetzt habe ich aber so man nennt sie also den falschen hirten lassen sie uns das nicht tun von mir aus was denken sie woher die wussten dass sie kommt entweder die haben einen propheten in ihren rhein oder die plakate sind von meinen auftraggebern wieso keine ahnung das ist die first lady ich will andere seite ja ich weiß auch gleich was hier passiert wird sich verarschen oder was ich werde zu untergehen er bewegt sich doch gleich geht doch gleich auf uns los was war das von so benutzen noch nicht weil wir wollten uns erst ein bisschen umgucken ja ja oh Gott ähm salze brauche ich erstmal nicht aber manchmal lebe halt schon lange nicht mehr genau meine rede meine rede dein sinn dein sinn hier komme ich nicht weiter hier ist auch nichts kkkk ja 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 immer damit oh geil ok so können wir weißt wie man dieses ding fliegt also ich nicht ohne taschenlampe bereich verlassen na logisch alles ok ich will paris sehen ich will alles sehen ich will nach hause ja das kannst du jetzt auch es gibt niemand was soll das 40 nord 74 west das ist nicht paris das ist new york woher weißt du das zeit war alles was ich in dem turm hatte mister de witt zeit zum lernen etwa geografie ich hatte schulden und dann kam einer an und sagte er tilgte meine schulden im tausch gegen dich na komm ändere doch ändere die koordinaten hat sie mir gerade eine verpasst da einmal gelernt was gleich kommt fort an ist Lucy? Hä? Oh! Ja, ich bin nicht mal ganz wach. Scheiße. Ähm. Daisy, die frische Luft hat geholfen. Er ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich hab nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringendst. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, Devit. Die Frage ist... Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finken unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Das klingt wie nicht einfach aus. Au. 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 Also, das ist auch gut getan. Ich muss Elisabeth finden, bevor es zu spät ist. Stimmt, wo sie überhaupt. Ich kann zu gestern gerade finden Elisabeth. Die Klage, die ich von Arbeiterin am häufigsten höre, ist die, dass sie mir... Yeah. Ich hatte schon ein paar, dass das Spiel zu Ende wäre. Und ich frage ich... Eine Komm kann kein Löwe sein. Nessie! Nessie! Und warum schaltet ihr das voll? Wer will schon all die Verantwortung uns sagen? Oh, geil! Ich kann auch irgendwie gar nicht... Also, ich finde beide schon mega geil. Ich kenne gar nicht auf das Spiel. Einfachheit ist Schönheit. Einfachheit ist Schönheit. Ich hab's verstanden. Dann haben wir erstmal mehr Zeit zum Luten, denn das ist schön. Das finde ich sogar sehr unwahrscheinlich. Der Fliegereinheit hat ihn mitgenommen. Den wird man hier nicht mehr sehen. Okay. Samuel fand immer, man muss die frommen Worte aus der Kirche im Alltag umsetzen. Die Wissenschaft ist die allmähliche Offenbarung des göttlichen Plans. Nach zwei Jahren im Turm des Lambs auf Monument Island erkrankte er an Magenkrebs. Ich betete zum Propheten und der Prophet wirkte ein Wunder an uns durch seinen Diener Fink. Ich weiß nicht, ob ich mich je an einen Ehemann gewöhne, der an ein Metallskelett gefesselt ist. Aber besser ein Handyman als gar kein Mann. Ein Handyman. Bronco-Hilfe? Was Bronco-Hilfe? Verleiht die Fähigkeit, Schwebeeffekte von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Ach so, dass die. Teufelskurshilfe? Okay. Genau, ich wollte noch was austesten. Diese Kraft teste jetzt nicht aus. Ob jemand Symozid begeht. Aber jetzt müssen wir erst mal diese suchen. Das ist Synchronen-Arbeiten. Das ist echt praktisch. Bier und Geld. Und uns gehört die Welt. So. Eine Banane. Hier kommt kein Reim. Ich muss nicht sein gefallen. Tut mir leid. Gott, Alter. Das einzig Mögel, was... Ja. Ja. Aber ich sage euch, jedes Lebewesen hat seinen Platz. Ja. Hätten sich die Pfarrer aus in Ägypten auf ihre Floramiten stellen können, hätten die Israeliten nicht die Steine dafür gemacht? Hätten die Industriekapitäne Bahn fahren können? Hätten die Chinesen nicht die Schienen gelegt? Also, Kopf hoch! Die Geschichte wird auf dem Rücken von Männern wie euch ermord. Ja. Das wollte ich dir noch auszusagen. So. Wie gesagt. Das einzig Doofe an solchen großen Gegenden ist für mich eigentlich nur... Ich kann ja nicht alles erkunden. Oder es fällt mir extrem schwer, wirklich alles zu beachten. Dieses privater Grund. Wenn du Ärger suchst, stehe ich liebend gern zur Verfügung. Danke. Bis nett. Hey, er steigt mir zur Verfügung. Das war reingeschaut. Mann. Attacke. Kurz long. Los, greif ihn an. Ja, genau. Ja, genau. Hau zu. Los. Genau, genau. Los. Ey. okay dann tötet sich selbst da schießt ihr mal auf mich ich habe keine ja hier können salz über zwei auf einmal so her nummer uno ich muss ja auch schiff da salze das sind seite Und drei Ach komm, hört doch mal auf jetzt Ich bin gleich wieder da Ich bin gleich wieder da Lali-Doo Munition, Munition, Munition Oh Gott, 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 oh Gott Schaffst du gar nicht Ja, gleich Okay Selester Stallone, schon lange nicht mehr gesagt Wissen gorän So, erledige ihn mal Das finde ich gut. So. Und noch ein. So, hier ist nichts. Alles eingesammelt. Das macht viel mehr Spaß, wenn sie sich selber lieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Kraft mehr. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.